Musik 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 Im Sommer 1999 kommt Viktor Iq Peba vom AS Monaco zum BVB. Die Erwartungen der Dortmunder Fans an einen der erfolgreichsten afrikanischen Stürmer in dieser Zeit sind riesengroß. Aber nach sechs Spieltagen immer noch kein Tor vom Top-Torjäger aus Nigeria. Als Intrainer Michaels gebe anschließend beim Champions-League-Spiel in Trondheim 90 Minuten auf der Bank schmoren lässt, erhält Iq Peba für seine Kommentare dazu eine saftige Geldstrafe. Ein cleverer Schachzug des Trainers, seinen Torjäger auf diese Art zu reizen? Es ist nicht möglich. Manchmal ist es, wenn man diese Runde von guten Spielern hat, dann ist es immer gut, dass man die nächste Spiel spielen kann. Aber wenn man die Stürmer schlägt, dann ist es schwierig. Ich glaube, dass ich in einigen Fällen nicht so glücklich war. Aber das ist die Entscheidung der Regierer. Vielleicht könnte ich ein bisschen kalt sein, aber ich wollte etwas zeigen. Drei Tage später kommt Hansa Rostock in den Signal Iduna Park und Viktor Iq Peba macht sein bestes Spiel für den BVB. Seine erste große Chance bringt noch nicht die erhoffte Erlösung. Nach dem Wechsel zeigt Iq Peba, dass nicht immer ein Tor der Dosenöffner in einem Spiel sein muss. Er zieht den Platzverweis für den zuvor bereits verwahrten Kai Oswald. Und dann sein erstes Tor für Borussia Dortmund. Wie steht es um seine Erinnerungen? Wir haben keine Erinnerungen. Ich kann sagen, ich habe die Erinnerungen von... Der Mann, den ich gegen Rostock gespielt habe, ist dort. Vielleicht ist es, als ich gegen den Rangers in der UEFA-Cup, oder so. Aber wenn ich all die Garten in meiner Karriere habe, dann muss ich die Erinnerungen sehen, um sie zu erinnern. Wenn du mehr als 100 in deine Fußballkarte hast, dann ist es viel zu vertreten. Wir helfen Aues mit den Bildern dazu. Das 1 zu 0, glänzend vorbereitet von Otto Addo. Er war mit dem Pass, ein fantastischer Spieler, viel Kreativität in seinem Spiel. Ein fantastischer Spieler. Wir waren manchmal mit Räume zusammen. Das war toll, Otto Addo. Auf der Tribüne erstmals im Dortmunder Stadion, Frau Viktoria mit einem ihrer beiden Töchterchen. Ja, wenn sie zum Stadion kamen, um mich zu unterstützen, waren sie sehr, sehr, sehr jung. Sie wussten nicht viel. Aber wenn man schießt, dann schießt sie auf, dann kamen sie auf und starten zu klappen. Ich sah einige von diesen Bildern, als ich in Monaco 2-0 war. Das ist ein extra Unterstützung, wenn die Familie auf dem Stadion kommt, um dich zu unterstützen. Giuseppe Reina erzielt wenig später das 2 zu 0. Und kurz vor Spielende macht Viktor Igpeba seinen Doppelpack perfekt. Das zeigt die magie des Fútbol. Wenn man nicht denkt, dass man gewinnen kann, man gewinnen kann. Nach dem Spiel, ich fühlte mich eher relaxer. Selbst wenn ich nicht gewinnen habe, aber ich war sehr gut, mit allen guten Spielern, in den meisten von den Spielern. Das zeigt, wie ein Spieler gewinnen kann, mit meiner Erfahrung, und mit allen guten Spielern. Aber Rostock war sehr symbolisch für mich, denn das waren meine ersten 2 Gäste in der Bundesliga. Viktor Igpeba, endlich ein Held in Schwarz-Gelb. Dortmund klettert durch den 3 zu 0 Erfolg an die Tabellenspitze und der Kicker nominiert den Vater des Sieges in die Elft des Tages. Das Spiel gegen Rostock war ein tolles Wochenende. Ich habe vergessen, die Fans waren so glücklich für mich. Ich sah die Fans, die Energie in mir, die Relief. Dann konnte ich eigentlich scoren. Also, die Erinnerungen habe ich immer noch in den letzten Jahren. Aber ich hätte jetzt lieb, mehr Nummern zu haben. Ja. Das ist nicht passiert. Das Spiel gegen Rostock, eines der letzten Highlights in seiner Karriere. Denn es wird nicht die erhoffte Erfolgsgeschichte. Im Gegenteil. Ein halbes Jahr später stirbt seine Frau an Krebs und hinterlässt ihm zwei kleine Töchter. Viktor Igpeba findet weder während seiner beiden Jahre in Dortmund noch anschließend jemals wieder zu jener Form zurück, die ihn zu einem der besten Spieler in Europa hatte werden lassen. Das Spiel gegen Rostock wird nicht die Erinnerungen sein. Das Spiel gegen Rostock